Also müssen wir erstmal ein Dungeon finden, meiner Meinung nach. Also eine Riesenkotte bauen, oder was? Nein, wir suchen uns eine Höhle und erforschen einfach eine Höhle. Ja, was beinhaltet, dass wir einen Dungeon umlegen? Hast du noch irgendwelche Tipps oder so? Irgendwie Hilfe? Ich verleg schon, also... Hast du irgendwelche Prozesse im Hintergrund laufen? Wahrscheinlich nicht, ne? Keine wirklich... Irgendwelche Prozesse oder sowas, also irgendwelche Spiele? Wahrscheinlich nicht, ne? Warte mal, ich guck mal. Nichts, was da irgendwie böse was machen könnte. Ich hab das Steam noch laufen, das schalte ich mal aus. Mach mal bei Grafikeinstellungen maximal FPS. Ach so, scheiße, ich hab keine Fackeln mitgenommen. Leute, hat jemand für euch ganz viele Fackeln mit? Ja, meine liegen auf dem Meeresgrund. Ja, Felix hat nämlich auch meine hunderte von Fackeln verbrannt. Ja, Leute, da sind nicht lange Fackeln und Fackeln. Ich hatte nie Fackeln. Leute, kann mal einer... Ich will nicht. Ja? Ja? Mit Arschloch. Was? Ich könnte mal in PC neu starten. Warum bin ich Arschloch? Felix, Refgiz, Refgiz! Das hilft da bei Windows wahrscheinlich wirklich. Boah. Über ne Fackel. Aber, hm. Wo ist Willi denn? Ich baue mich jetzt nach unten. Ich hab so nicht wirklich Bock, unter 20 FPS zu spielen, das ist nicht so toll. Der von euch hat Fackeln? Aua. 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 Leute, das ist doch die, die ich nicht hab. Du, ich rette euch bei allen. Au. Sorry. Hilfe. Du hast meine Dier am Ende. Gute Arbeit. Sehr gut. Au. Au. Ich werd geschlagen. Leute, können wir mal stillstehen? Alle einfach... Ich bin tot. Wer hat mich getötet? Toll. Ich wollte euch grad alle retten. Und Alex hat sich der Ende mal durchgekämpft. Hahaha. Nein, Alex, du machst grad die Treppe kaputt, du Idiot. Leute, ehrlich. Du hast grad... Du hast auch meine vier Diamanten. Let's break, Alex. Oh. Du hast meine vier Diamanten, Alex. So, jetzt bin ich endlich wieder im Besitz von irgendwas sinnvollem. Alter, Leute. Ich meine, Alex, da müssten ungefähr so 20 Steinspitzhacken rumliegen. Könnt ich die haben? Könnt ich die wiederhaben? Ja, könnt ich die wiederhaben. Ah ja, und du hast vier Diamanten von mir. Na, die interessieren keinen, Feli. Ich will nur meine Spitzhacken wiederhaben, weil sonst bin ich sinnlos. Okay. Oh, meine Spitzhacken sind denn los. Hier. Ah. Hilfe. Wie ist das Licht raus? Es ist dunkel. Wir werden alle sterben. Mord im Dunkeln. 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 Ich hab ihn nur einmal geschlagen. Alles gut, Leute. Keine Brügeleine. Kann ich meine vier Diamanten wiederhaben? Nein. Nein. Mord im Dunkeln. Mord im Dunkeln. Ja gut. Ja. So eine Spender in die Keuchschose. Äh, geh lieber in die richtige Distanz, sonst werfe ich niemand anders zu und das versuchen wir gerade. So Leute. Da springt. Okay. Oh, ich werde fast wieder reingefallen. Ich starte mal den PC neu, ne. Bis gleich. Jo, bis gleich. So, wollen wir jetzt mal irgendwas machen? So, dann brauchst du wahrscheinlich auch noch eine Spitzhacke. Oh, direkt nach unten kam. Ja, ich hatte 100 Spitzhacken dabei. 100 Diamant-Spitzhacken. Alle weg. Ja. No. What happened? 100 Diamant-Spitzhacken. Mö, buddeln wir jetzt einfach dumpf nach unten, oder? Ja. Ja. Und dann, wer als erstes nen Dungeon findet, sagt, oh ich hab was gehört. Habt ihr das auch gehört? Ja. Nein, dieses... Dieses komische Cool-Fusion-Geräusch. Ne, ich hab genießt. Sind das nicht Geräusche, wenn man in der Nähe eines Dungeons ist, oder so? Es gibt doch so... Es gibt kein Geräusch, wenn man auf den Dungeon trifft. Doch, doch. Es gibt dieses... Diese... Okay, ich hab hier voll cool Redstone gefunden. Ne, dann Redstone. Aber Redstone braucht keiner. Redstone. Damals hat jemand ein bisschen Holz für mich, damit ich mir ne vernünftige Schaufel und so machen kann. Ich hatte... Ja. Ja. Heute... Wow. Da hab ich grad auf dem Schwert geschlagen. Halt dir mal einfach ein bisschen Holz für mich? Nein. Hier ist dein Holz, glaub ich. Ja, du... Ich hatte... Alles Werkzeug von... Äh... Hat jemand... Fackeln? Ah! Achso, das ist nur okay. Kai... Alter, Kai, ich hab dich grad für'n Zombie gehalten. Das ist mir auch schon mal passiert. Da kommt ein grünes Gang. Ich geh immer so morgens in die Schule scheren, so am Vertretungsplan und denk so... Wow! Will man jemand... Äh, scheiße! Alter... Kai, du hast den Tod erschreckt. Junge... Ich... 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 Ich denk so... Oh, ich hab hier voll den geilen Gang gefunden. Ja, fucken... Vor allem... Auf einmal kommt da so ein grünes Ding hoch und dann ist das so geil. Äh... Äh... Wir brauchen... Wir brauchen Fackeln. Ich hatte irgendwie 20... Äh... Dings eben dabei. Ja, und ich hab ganz Fackeln verarbeitet. Genau, das ist gut. Und die hab ich irgendwie irgendwo hingeworfen. Ich glaub Lars hat die jetzt. Nicht alle. Ich hab, äh... Welche an... Weitergegeben. Warum? Nehmen wir eigentlich in der Eingangstalle auf. Stimmt, bist nicht so schlau, ne? Oh, es wird schon immer kommen. Der Schlimmste ist ja schon da. Man redet eigentlich nicht... Und ich lass jetzt einfach offen, ob ich es bin oder Feli. Ich wollt's nicht sagen. Ich wollte gerade sagen, dass man nicht... Ja, das war mit Absicht. Aber ich hab gesagt Feli. Leute, wieso folgt ihr mir eigentlich? Oh, ich hab... Ich hab hier unzerstörbaren Stein gefunden. Weil du vorhin Diamanten gefunden hast. Nein, nein, kaputt. Fünf Minuten Spiel. Diamanten. Gold! Penny, geh mir ausm Weg! Ey! Okay, wir sind schon am Boden, Leute. Das bringt hier nichts. Äh, wie war... Wie konnte man sich nochmal die Information einblenden lassen? F3. Oh, fuck. Leute, wir müssen mal F8 drücken. Ach, ihr habt den... Ach, der fette Gang ist auf Höhe 16. Hm. Wo seid ihr denn jetzt alle? War ein Gebet. Ich bin wieder in den Gang gegangen und grad mich da irgendwie in Richtung... Ach, ich bin hier in den Gang gegangen. Als ich das erste Mal F8 drückte, hab ich Panik bekommen. Und wo sind alle anderen? Kannst du mir ein paar Fackeln zu sagen? Das bringt F8. Ja, äh, aber wo seid ihr denn jetzt alle? Ähm, du hast nur ne betrunkene Sicht. Äh, Leute, ich bin einmal kurz zwei Minuten AFK. Bis gleich. Okay. Also, irgendwie sind die gerade... Ach, okay. Also, wir heben jetzt die ganze Welt aus, ne? Wir bauen alles ab. Joa, das klingt auch noch toll. Finde ich auch gut. Wird die Welt nicht so gerne erst generiert, wenn man da irgendwie hinläuft? Das klingt hier irgendwo nach irgendwas... Ich hab Lava gefunden. Aber wir finden hier irgendwo solche Skelette und Monster und so. Ich weiß gar nicht richtig, was ich... Also... Meint ihr, das würde helfen, wenn ich das HD-Texture-Pack ausstelle? Also, wenn ich spiele hier auch gerade so... Ey, ich spiele hier auch gerade so... Vielleicht gibt's davon auch ne niedrigere Version, weißt du? Also, es gibt ja so die 32er, die 16er, 64er und die 128er. Und die 128er sind immer sehr... Oh, ich glaub, ich hab's gefunden. Es gibt sogar 512er. Jaja... Hier, irgendwo ist es. Hier irgendwo... Hier irgendwo sind Zombies im Dungeon, Alex. Wir sind ganz nah dran. Zack! 42 FPS. Hm. Boah, ich hör schon das Wasser. Irgendwo hier. Hey, hör mich grad an euch Leute. Ihr müsst es finden! Wo ist es? Hey, guck mal hier bin ich! Wo sind dieses Wasser und wo ist dieses Gewettvieh? Oh Gott. Hast du das gefunden, Alex? Hat jemand noch vielleicht... Nein, ich hab... Ich hab Felix gefunden. Ja. Ah, toll. Den will auch keiner finden. Hm, wir sind immer alle so gemeins. So, da bin ich wieder. Ich verstehe das. Hey, hier bin ich auch. Hey, wo sind die anderen? Wir machen gerade mal ne neue Folge. Hier. Komm mit. Ciao, wie? Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns zu einer neuen Folge Minecraft. Und wir sind... Boah, ich bin ganz nah dran am Wasser. Ganz nah. Gleich werde ich hier überschneiden. Ich bin lang dran. Wir sind ganz nah dran. Am Durchbruch. Ja. Hallo und herzlich willkommen. Boah, wir sind am Wasser dran. Ja, schon. Ja, ein Tropfen. Das fließt hier. Was hast du gerade gesagt, Felix? Achso, ja. Ja. Aufnehmen. Ja. Leute, ich hab schon mal Redstone und, ähm, Eisen gefunden. Ich könnte ne Eisenspitze gebrauchen, um Redstone abzubauen. Dann würden wir auch draus, rauskriegen. Ich hab ne Diamantspitze gebrauchen. Tja, das ist auch nein. Ja, halt. Halt die Fresse, Feli. Hm. Okay. Sonst nehmen wir die ab. Die hast du nicht mehr lange, Feli. Oh, Redstone ist echt nützlich. Leute, warum lauft ihr mir nach? Weil du keine Eisenspitze hacke hast. Genau. Oh, ich hab schon... Unmenge an Eisen hier gerade abgebaut. Das war übrigens halt absichtlich. Au. Wer nimmt mir da immer... Das ist Alex. 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 Hör auf. Da möchte ich doch... Oh, wieder Eisen. Mann. Scheiße. Oh, ich hab... Ich hab Wasser gefunden. Ich bin hier unter einer Wasserquelle. Soll ich mal nach oben buddeln? Oh, nein. Guck mal, da tropft's. Und das ist nicht mehr ins Inkontinenz. Irgendwas anderes. Höhle gefunden. Yeah. Ich baue mich mal nach oben. Nein. Creeper. Yeah. Scheiße. Soll ich das nix mit der Gelegenheit haben? Moment hast du eigentlich. Ich bin irgendein... Wow. Wir haben's, glaub ich, gefunden. Da kommt Wasser runter. Ey, da kommt Wasser runter. Das war richtig. Ich glaub, da hat jemand das richtige Loch aufgemacht. Ich glaub, da musste mal jemand, ne? Ich hab das richtige Loch aufgemacht. Ich war... Wie, die findet einfach immer das richtige Loch. Wow. Das nehm ich jetzt nicht als Diss auf. Oh, das ist Skelett, Leute. Ah! Skelett und Creeper. Ah! Creeper! Opfere dich! Oh Gott! Opfere dich! Au! Der Creeper explodiert! Oh, da gibt's nen Weg außenrum. Hab's kaputt geschlagen! Stirrrrrrrr! Au! Nicht bewerfen! Töten! Au! 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 Hat mal einer nen Bogen? Ja! Oh, scheiße! Warum komm ich denn hier nicht hoch? Wow! Zwei Creeper von hier! Ich hab'n Creeper getötet! Es kommen noch zwei Creeper von oben! Ich hab'n mit Erde... Oh mein Gott, das ist noch ein Skelett! Ja! Von hier! Alex! Ah! Da sind noch zwei Creeper! Alter! Da sind so viele! Ah! Oh Gott! Werf ihn mit Dingsbombs! Ich hab'n halt erwischt auch! Ey Leute, ich muss euch! Oh, gerne enttäuschen! Hier wart ihr schon! Oder? Die Höhle kenn' ich! Hier bin ich vorhin durchgelaufen! Oh, da ist Lava! Ihr wart hier schon, oder? Vor der Lava! Zwischen mir und der Lava! Die hab' ich mal in die Diamanten gefunden! Die sind nicht weit entfernt von der anderen Höhle! So schnell findet man sich wieder! Eisen! Ganz viel Eisen! Leute, der einfachste Weg, ne neue Höhle zu finden, ist welcher? Oh Gott! Hier sind Creeper! Fudeln! Helft mir! Der einen Höhle voll? Helft mir! Wie sollst du kurz aus dem Wettel? Einfach quer durch die Gegend? Hat der ich Kacke hingeholt, Leute? Weil ich hab' nur noch keine! Vielleicht welche gebrauchen! Ich hab' 26 Stück! Ich hab' 26 Stück! Kommt mit, die kommen mit! Toll, aber das war ne alte Höhle! Das war langweilig! Okay, geh vor, logg ihn raus, ich schieß' nen Bogen ab! Ich hoff' dich nicht sicher! Ach so! Ich hab' mich grad nicht durchgefunden! Ach so! Irgendwie werd' zufällig getroffen, ne? Ja! Willi, das gleiche hab' ich da hinten geschlagen! Also mit dem Täter! Willi, das machen wir jetzt einfach in alle Richtungen weiter! Irgendwann in der Zwischenhöhle! Ich werd' aber echt für den Packel gebrochen! Oh, ich auch! Ich seh' ihn! Geht aus'm Weg! Wie leut's das aussieht, ihr beide! Oh, wie ein Schneider hier! Ich hab' grad' etwas gefunden, was ich gerne so aussprechen würde, wie ein anderer... Den schnapp' ich mir! Aber dann würde ich wieder... Oh! Danke! Danke! Vollhorst, ey! Oh! Sagen alle, seid vorsichtig, ne? Teleportier mich mal, Alex! Digga, und ich, ich sage, ich hol ihn mir! Lars! Sack! Oh Gott, hier sind Fledermäuse, kann man die töten? Hey! Hallo! Nein! Ich will den Pfeil in... Ah! Leute! Teleportier mich, danke! Ah! Das ist ne Fledermaus! Was machen Fledermäuse? Was machen Fledermäuse? Sorry, Lars! Nichts! Ich könnt' ehrlich ein paar Fucker gebrochen, ich grab' jedenfalls komplett ungeheilt! Äh, mein Schwert fehlt! Ich brauch' noch ein Schwert! Da! Mein Eisenschwert! Ah, da! Danke! Wasser! Wo geht's denn noch lang? Haben wir hier irgendeine Systematik? Nö, ne? Grab' einfach, Freddy! Grab! Wo krieg' ich denn nen TNT her? Da muss ich Creeper für umbringen, ne? Und Schlau zu verwenden? Ja! Hat noch jemand ne Eigenspitzhacke für mich? Alex, stopp! Ich hab' noch zwei Eigenspitzhacke! Wenn das geht, musst du irgendwie nen Item bannen, oder so! Wo bist du? Ich komm' Warum bringen die keine Erfahrung? Was? Die Federmäuse! Nein, die Gold... Eisen! Das ist Eisen! Schau mal hinter dich! Das Golderz! Warum bringen das Golderz kein... Wie gesagt, hab' ich nur noch zwei! Alex! Kein Schritt weiter! Ich hab' das Schwert an deiner Kehle! Hehehehe! Hehehehe! Ja, die benutzt sogar zwar! Sonst hätt' ich hier auch noch ne Schwere! Das sieht irgendwie geil aus mit der verkackten Minecraft-Grafik, dieser Bogen! Hehehe! Das sieht so geil aus, irgendwie! Hehehe! Hehehe! Geht's da noch weiter? Hm... Wo ist der eigentlich, Leute? Unter der Erde irgendwo? Ich auch! Ich hab' ein... Ich hab' ein... Du warst das Dunkel! Ey, war's! Ich auch! Ja, Mann! Was war das auch unter der Erde? Ah, ich hab' Feli gefunden! Dein Gang ist aber lange noch nicht so lang wie meiner! Mein Gang ist der längste, ja? Bloß weil er breiter ist! Feli, kannst du mir mal zwei Fackeln geben? Ne! Ich geb' dir... Drei! Bitch! Boah! Damit hast du jetzt nicht gerechnet, ne? Na, der ist erstmal ein bisschen... Der Spitzer gab auch... Es sind sogar vier gegeben, Feli! Scheiße! Eine wieder! Nein! Doch! Nein! Fuck, ich bin kein OP mehr! Hehehe! Ja, ich... Wenn's sind grad irgendwie... Da bin Tiefmaßnahmen! Nein! Ich hab' nichts... Ich hätte auch nichts vor! Ich wusste, dass ich kein OP mehr bin! Und hab' es nur gesagt, weil... Ja, ja, ja! Weil ich... Also, ich wollte ihm eigentlich schon was antun! Aber eigentlich... Schön, dass du so ehrlich bist! Mal erwähnen für die... Neugezugeschaltenden... Zuschauerne! Hendrik ist... Nummer eins! Kurster Scumbag auf der Welt! Oh, Diamanten! Oh! Ich komm' für dich! 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 Das ist Quartus Eisen... Das ist Eisenerz! Oh Mann, Feli... Das sieht nun mal ähnlich aus! Nein! Feli... Nein! Nein! Nein, es waren Diamanten nicht! Jetzt alle unsere Arbeit unterbrochen und... Es waren Diamanten! Ich wollte nur nicht, dass er kommt und mir sie wegnimmt! Ah! Ich hab' Diamanten! Und zwar... Wo ist... Wo sind die jetzt? Was sind die denn überhaupt? Ich weiß nicht! Wo seid ihr eigentlich? Ich hab'... Ich hab'... Man bekommt direkt Diamanten da raus, ne? Man bekommt direkt Diamanten aus... Diamanten! Ja, cool! Ja, sonst bekommt man immer so'n Ding, so Lapislazuli-Dings, was man dann da noch umformen muss! Oder Eisenerz, was ich dann noch verbrennen muss! Äh... Alex, wo seid ihr eigentlich? Ich bin mit Feli irgendwo hier gefangen, aber ich weiß nicht, wo ihr seid! Ah, und ich hab' Diamanten gefunden! Wie viele Diamanten hat er? Ich fünf! Ich weiß es nicht! Ich bin... In einem Nebengang von ihm! Hm, fünf! Den... Den einen Diamanten hatte ich noch! Das ist noch nicht genug, um dich zu töten! Ne! Ich würd' sagen, bei fünf lohnt es sich schon, oder? Lohnt sich noch nicht! Hm, ich warte noch, bis er ein paar mehr gesammelt hat, und dann... Na gut... Hm... Da bauen wir irgendwie ne Falle und spielen... Du bist ja berechnend! Und schubsen... Schubsen ihm dann in die Lava! Ja, das ist... Das ist viel einfacher! Nein, nein! Wir wollen doch Diamanten noch haben! Genau! Ach so! Mhm! Wir lassen ihn von Ende an entgegen! Nein, dazu brauchen wir auch Lava! Nein, nein! Wir tun so, als ob wir ihn dann leben lassen würden, wenn er uns die Diamanten gibt, und dann schubsen wir in die Lava! Nein, nein, nein! Wir brauchen einfach ne Kaktuswelle! Ne Kaktuswelle? Ja! Das klingt so bösartig, ne Kaktuswelle! Das ist bestimmt kein Kaktuswelle! Das ist bestimmt kein Kaktuswelle! Hey Alec! Musst du mir dieses Bild für die Götter angucken? Ich steh hinter Nils und Kai und hab ein Schwert in der Hand nach dem Motto ARBEITET SCHNELLER! Los! Arbeitet du! Hey wer war das? Ich hab hier nur noch... Alec! Habt ihr irgendwie viele Creeps und aber auch viele Rohstoffe? Ich hab... ...nur noch... Kohle gerade abgebaut! Ich höre Zombies! Hier in der nächsten Dungeon! Los! Such den Dungeon! Schneller! Such den Dungeon! Wir haben uns nah... hier links... bei mir! Irgendwo hier links! Ich glaub sie sind auf der linken Seite! Hier ist ein Spawner! Leute hier ist ein Spawner! Oh! Oh wie geil! In da! In da! Oh! Okay! Teleportierst du mich zu dir? Ich bin irgendwo... Wir kommen zu Fuß hierher! Ich will nicht permanent teleportieren müssen! Ja deswegen solltest du mir auch die OP recht machen! Meint ihr über uns ist der Spawner? Ja da hab ich bloß ein Problem Alec! Es klingt nicht darum dass eine bestimmt Person... Ich weiß nicht wo ihr seid! Okay... Gehen wir an die Sache rein! Wir sind hier am unteren... Platz! Ich würd sagen einfach stören! Was machen wir denn eigentlich? Ich hab noch ein halbes Herz! Also... Oh cool! Naja! Das ist doch ne Menge! Ein herabfallener Sandblock könnte mich töten! Oh! UPS! Entschuldigung! Ich hacke hier oben nach oben! Alex geht eine Schritt zum und kennt schon! Äh... Ohhhh... Alles gut Alex! Ich hab deine Sache nicht aufgenommen! Ein herabfallener Sandblock könnte mich töten! Sack! Sack! Die Hacke in den Kopf gerannt! UPS! Der Sack! Kommt da so ein Sandsack an und killt ihn! Wenn ich noch... Wenn ich noch ein Leben habe und dann ähm... Ähm... Auslocke! Und mich wieder einlogge! Bin ich dann wieder bei unserem Spawn oder? Und hab wieder volles Leben oder bin ich... Nein 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 nein! Nein du bist da! Nein! Oh Gott! Der hat die... Der hat den Spawn aufgemacht! Oh Gott! Oh mein Gott! Ich wusste doch nicht das da! Oh Gott! Dann muss ich jetzt hier durch! Eigentlich da sind das viele! Leute! Teleportiert mich! Ach! Wie komm ich? Oh Mann! In nem Tector Pack das du benutztest... Sehen Diamanten wirklich so aus wie Eisenerz! Und ich so yeah fuck Diamanten dann so ne scheiße Eisenerz! Heißt das das... Nee ich hab Eisenerz gefunden! So soll ich dich auch porten Feli? Was? Soll ich dich auch porten? Nö warte ich find hier irgendwie grad nix! Okay! Du hast zu essen ich hab nur noch 3,5 Herzen und nicht... Sag dann gleich Bescheid! Leute! Wo öffnet ihr den... Dings? Kommt zu mir! WTF! Leute! Versteht mich hier! Ich fahre es nicht! Ach jesal! Alex! Ich hab ein bisschen was von dir mitgenommen! Weil ich... Den anderen helfen musste! Und dann muss ich da durchlaufen! Also... Ja ich hab zum Beispiel... Oh Alex! Wo ist der Alex? Ey Evidor? Wir sind ja Kommunisten... Hier ist noch ein Schwert! Alles gehört allen... Oh ich bräuchte ein Schwert! Ich bräuchte ein Schwert! Was? Was? Irgendwann noch ein bisschen... Wer ist meins? Ich hab kein Schwert Leute! Alles gehört allen! Ich hab auch kein Schwert! Ich kämpf für ne Eisenspitzfacke! Ich hab ein Eisenschwert! Ich werde alles kaputt machen! Wow! Und ich hab noch anderthalb Pferd! Ich will ne Facke setzen und mach die Truhe auf! Yay! Nee es brennt die Truhe! Ich hab auch schon mal einen Lava-Block zusammen mit... Äh irgendwie... Yes! Das Brot bekommen! Fuck! Wer hat das Brot? Ich will das Brot! Ich baue auch Brot! Das ist mein Brot! Leute ich sterbe ohne Brot jetzt gleich! Nein! Fliedermaus! Fliedermaus! Stirb Fliedermaus! Ich glaub hier nicht bei Brot! Hier ist Eisen! Hier ist Eisen! Hier ist Eisen! Hey! Leute hat mal einer Brot! Du kannst mir jetzt TP'n! Hey hier ist Dungeons! Ah! Dungeons! Okay! Ihr kennt das doch auch, dass ihr irgendwie so ne Tour habt und denkt so... Wir sind beim Dungeons! Wir sind beim Dungeons! Da packe ich jetzt 5 einmal Lava... 800 Blöcke... Äh... Sand... Und ein bisschen Holz rein! Hey jetzt doch mal! Seid doch mal vorsichtig! Es sind zu viele Leute hier! Dungeons! Okay ich hab meine letzte Fackel gesetzt! Dungeons! Ja ich hab noch 3 Stacks! Dungeons! Leute! Ach lauf doch nicht meinen Weg! Ich will doch nur die Kohle haben! Oh! Da oben! Da oben geht's weiter! Ich sollte mich jetzt nicht bewegen oder? Scheint nicht! Aaaaaaah! Boah! Au! Leute! Ehrlich! Ey hier geht's... Hier geht's raus Leute! Ähm... Könnt ihr mich einer teleportieren? Ach vollkommen eurer Wieselküter! Aaaaah! Da sind ganz viele! Und ich hab gerne meine Items wieder! Es geht hier raus ne? Hier oben! Woher kommt der denn? Ist doch alles ausgeleuchtet oder ne? Ne ne! Hier oben ist ganz viel noch frei! Pfff! Ja aber der kam von hinten! Das? Was sind meine Items? Wie so'n Kerlgitter! Ey ja! Ich hab hier ein paar Steingitter von dir! Äh! Steinginger! 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 Wo bist du? Hicker! 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 Du bist zur Hälfte! Das reduziert sich bis zur Hälfte! Und dann genau! Ja! Ja dann! Das war so aus, hätte ich schon mehr als die Hälfte verloren! Es ging noch weiter! Und ich so okay! Aber es war erst die Hälfte! Okay! Und dann hatte noch Aufbruch! Ja ich hab... Zum Glück ja noch 3 Hertz! Hey ich hab jetzt sogar noch die Hälfte! Das ist interessant! Wir haben 5! Wir sind jetzt nach draußen! Leute da hat einer von euch zufällig meine Kohle und mein... Ähm... Äh... Eisen aufgenommen! Weil ich hab keine Hälfte! Oh stimmt! Also ich hab deine Kohle! Wir haben Feli wieder gefunden! Da wo wir jetzt draußen sind... Da können wir jetzt auch was bauen da oben! Ja aber was denn? Ja... Böööö... Bauernhof! Wir bauen Turm in die Wolken... Wir bauen Turm in die Wolken... Wir bauen Turm in die Wolken und schubsen Feli runter! Oha! Schritt 1 auf der Turmule ist! Hey Leute! Lasst uns doch einfach! Hä? Was ist das denn hier? Das ist Davids Haus! 100%ig! Nein! Das ist hier Kai! Ja! Das ist David! Das klingt sehr... Sehr... Sehr nach Davids! Nein! Das ist... 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 Das ist...